Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Heute habe ich einen super leckeren Reisauflauf für euch mit Zwiebel, Knoblauch, Karotte und frischen Champignons. Das ganze schmuggelt im Ofen in einer leckeren Frischkäse Senfsoße. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Video und beim Ausprobieren. 300 Gramm Reis, 600 Milliliter Wasser und ein Teelöffel Salz werden gekocht. Etwas Öl wird erhitzt. Eine Karotte. Nach etwa fünf Minuten werden drei Knoblauchzehen und eine Zwiebel zugegeben. 200 Gramm Champignons in Stücke werden zugegeben. In der Zwischenzeit werden drei Eier. 150 bis 200 Gramm Frischkäse mit Kräutern und einen Becher Schmand miteinander verrührt. 1 Teelöffel Vegeta, 1 halber Teelöffel Pfeffer und 1 Teelöffel Senf werden miteinander verrührt. Der Reis wird zugegeben. Die Herdplatte ist ausgeschalten. Reis und Gemüse werden miteinander vermengt. Die Eier-Käse-Senf-Masse wird ebenfalls untergerührt. Die Tepsi wird gefüllt. 2 Teelöffel Senf werden mit 30 Gramm Frischkäse gelegt. 3 Teelöffel Senf werden mit 40 Gramm Frischkäse steigt. 4 Teelöffel Senf werden mit 50 Gramm Frischkäse drin. 3 Teelöffel Senf werden mit 30 Gramm Frischkäse gelegt. Die Tepsi wird gefettet und die Reismasse wird hineingefüllt. Das Ganze wird nun mit etwas Käse bestreut. Der Auflauf backt nun erst einmal 30 Minuten bei vorgeheizten 200 Grad. Etwas Petersilie wird darauf verteilt. Und nochmal etwas gelbener Käse. Anschließend kommt der Reisauflauf noch einmal für 10 Minuten in den Ofen. Rietna. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.